So, ich glaube entweder gehe ich hier zum Sunny oder zum Sturmsoldat Ich gehe auf Sunny Weißt du was? Ich glaube das mache ich auch und zwar mit der GALA SWEEP 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 Skull Skull Digga, ich bin raus, ich glaube Digga, ich spawne und ich krieg instant nen Sniper Schuss in die Fresse tot Digga, das ja, das nehme ich jetzt erstmal direkt auf Mach das, lad's hoch, Alter Was war das denn bitte? So eine... Ah, ne Was war das? Was war das bitte? So, Videoclip gespeichert Los Was war das bitte? Haha Du bist verletzt, ich kann dir helfen Karnage bleibt liegen Ach nö Also der heißt wirklich Karnage Karnage Also auf Deutsch Karnage Karnage Ich weiß es heißt Karnage glaube ich auf Deutsch Aber für mich ist es Karnage Mit, mit Doppel G Karnage Sehr geile Na ich sag's lieber nicht zu oft Oh, Sniper Ach komm Warte Ist eher wenig, Digga Der schmeiß Granate Ich benutze einfach mein Perk, Alter Rauchgranate frei und fertig Thank you Ja Thank you, bis Traveling, bis Deutsche Bahn Braucht jemand, der ist dir Hilfe Lass mich deine Wunden Ich versorgen Alles klar, da will ich mal bionieren, Alter Der checkte sofort, dreht sich um Instant Egal Egal was du machst Andere machen es besser Safe True Bad, war true Sorry Alex Der in der Vorrunde 0 zu 7 ausgegangen ist Ja, Goldstein SMG Damit könnte ich auch durchziehen Wenn ich sie jetzt spielen würde Mach ich aber nicht Mach ich nicht Bleib liegen, Alter Bleib liegen Wenn die anderen das zu viert hinkriegen Im Squad Dann schaffe ich das als Sni auch alleine Oder vier zu zweit, was er gesagt Nein Nein Das war gerade auch schwer Ganz strange Das war so eine Mischung aus Bionieren und Abschießen Und Nahkampf Jo Was geht hier ab, Alter Ja Ja Jetzt holen sie ja echt die billigsten Ranzwaffen raus Einen abgesteckt und danach wurde ich abgesteckt Ich leg dich zusammen Tschüss Ja Dach Digi Digi Was macht denn unser Sni Er läuft einfach an ihm vorbei Ich wollte auch gerade sagen Digga, was war denn da los Was war das denn, bitte Ich meine, es ist ja schön, dass er helfen will, aber Junge Doch nicht so Oh 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 Nein Zu früh Digga Meine Hände sind auch schon wieder so am schwitzen, ne Warte, warte, warte Ich füge wieder mit dem, zack Goldstein kommt, Goldstein kommt Goldstein Egal Keep on running, man Die Runde wird echt haarig, also Aber noch, sag ich mal Warte Digga, bin gleich da Alles klar Okay Digga, wir holen uns den Sieg, sag ich mal, auch Wenn wir Die Leute tausendfach wiederbeleben müssen, ist es scheißegal, man Ach komm Digga, weißt du was, ich können wir den Schlag Digga, juckt nicht, weiter geht's Wir schenken den Leuten nix Ne Nicht unbedingt, nicht wenn's da einen muss continent Nadine Anderer Seite liegt entführt Na, shit Mist Da wurde niedergeknüppelt Ich hab weißt du was macht krankenstein eigentlich Ich würde persönlich aber sagen wenn wir die runde jetzt wenn wir das ding noch gewinnen sollten Digga war es für mich die letzte runde Digga Goldstein macht äh Goldstein alles klar Hier krankenstein macht einfach nix Ich meine klar funktioniert irgendwie als Spawnpunkt aber das alleine ist keine große Kunst So kann man auch Punkt zusammen Ja leider Ach kommst du ey Und selbst wenn wir verkacken Digga ist für mich die letzte runde Okay Weil ganz ehrlich ey Ist ein bisschen belastend Bei krankenstein also das brauche ich jetzt absichtlich nicht mehr Ne das schafft man immer Aber ganz ehrlich beschweren möchte ich mich eher weniger weil Wir haben dafür jetzt die letzten runden alle gewonnen Ja das ist wahr Das hätte ich schon durchaus schlimmer kommen können Das hätte ich schon durchaus schlimmer kommen können Deswegen Oh nein 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 Ach man dieses typische wenn man nah tut Warte nein Sorry Und genau dann kommt ein Gegner Alter ach komm Ja 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 Freileben Mopocke Digga jetzt wo ich dich aber Du bist verletzt ich seh mir das an Nein 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 Ja weißt du wenn ich das mal versuche und klappt es nicht Äh Ist ganz gut so wenn es die letzte runde war Ja aber Weiß ich nicht Es ist Man ist halt einfach nicht mehr so Guck mal wenn ich an die Anfangszeit zurück denke Alter da war ich so Baba unterwegs Wir werden alter Nur Scheiße Digger 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 Welches Team ist King Baba Und dann sind die vier oder fünf noch nicht mal besser Digger 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 wenn ich jetzt ein durchgezogen hätte hätte ich Insta inhaliert Digger Komm zeigt mir Bester San60 warum 14 wiederbelebungen wer ist das angebissen denn aber die gar nicht alter der erste aus dem gegner team 15 zu 0 hast aber recht bürger und das reicht erstmal jetzt quatsch mir auch noch irgendwie auf russisch ins ohr ich finde es immer interessant wie das bei dir gehen soll bei mir klappt es nicht ich höre nie was aber naja